Vor allem weil Niklas ihm einfach die ganze Zeit in den Arme greift, aber okay, aber ein 3 gegen 1 Vor allem dann noch... Oder 3 gegen 2 ist auch scheiße Oder sagen wir mal 3... Das ist einfach nur dreckig Ich find's richtig dreckig Also Krieg hat ähm... Gegen den Nils Osman verbündet Und der gegen den Autor auch Krieg gehabt Ja der Autor wär auf jeden Fall reingegangen, der begehrt auf jeden Fall Provinzen Guck mal die Interessanten... Interessiert... Ne, er interessiert sich für keine einzige Provinz von Preußen, interessant Der ist neutral zu nicht Hallo Hey Paul Warum geht's hier nicht weiter? Weil die Diplomatie machen und ähm wir... Ey Niklas und Paul ihr seid... Ihr haltet euch einfach an kein einziges an eurer Wörter, das ist richtig traurig Äh, wieso? Das ist richtig traurig Ihr habt... Ich habe dir versichert, dass ich dich nicht angreife Nichts mit Nils, ich habe nichts mit Nils beredet, noch gar nicht Ich habe keine Diplomatie gemacht Ja aber 3 gegen 1, meinetwegen 3 gegen 2, wenn man in Italien noch mitzählt Das ist... das ist krass, unfair Wieso? Das ist kein Kräftegleichgewicht herstellen Wenn das Bündnisgleichgewichtssystem so scheiße ist und er der Meinung ist maximal blobben zu müssen Ich lasse... ich warte doch nicht bis Preußen stark genug ist, um mich zu überrennen Bin ich dämlich Und so gut, dagegen kannst du jetzt gefühlt nichts mehr machen Der hat 8 über 8... also ihr könnt ja jetzt natürlich den Zepp noch rausschneiden Natürlich können wir... Aber der wird jetzt nur noch ein Sae-Block Natürlich macht ihr das, der kriegt einen 100%-Fliegen Was geht? Das sind 250 weniger dann Lass uns weitermachen Aber ich möchte erstmal bis zum 5. März, dann kann ich sehen was möglich ist Warte, 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 Nils ähm... also... soll ich jetzt annehmen oder ablehnen? Das wäre eigentlich der politische Tod für dich Musst du jetzt wissen was du machst Nils... er würde annehmen wenn du ja sagst Du musst ihm jetzt einen direkten Befehl geben Du bist der Kriegsführer Ach... Sag ihm aber, ob er annehmen soll oder nicht Nimm an Jaaaa... 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 Hände reib, Hände reib Ja erstmal den Armeeunterhalt anschalten Oh man Lass mal Tristan subventionieren Also... der Krieg startet jetzt, oder? Jaa... Jaa... let's go Okay, let's go Bitteschön Tristan Danke Ihr könnt bitte wieder rausgehen Jaa wir gehen Jaa wir gehen Er geht User left your channel User left your channel User was moved out of your channel Du hast bekommen was du wolltest Nils Die haben gerade offen zugegeben Angst vor dir zu haben Und deswegen alle die sind im Krieg gekommen Tust du mir einen Gefallen und blobst nur noch ins HAE soviel du wie du kannst Und suchst dir halbwegs starke Verbündete Ich vermute dich vielleicht auch wieder Ähm... was fordert Tristan? Äh... 100% Frieden Ja... Land Er will nur Land Äh... warte... warte... Äh... lass mal kurz noch den Frieden drinnen Ich muss mal kurz kurz nachschauen Die Pause meinst du? Ja lass mal die Pause drinnen Also meine Flotte geht da nach oben und vernichtet die... Also Paul hat gerade zugegeben Maxi mal Angst vor dir zu haben Echt? Hat er offen gesagt Ja... Er hat keinen Bock von dir gewiped zu werden Deswegen nimmt er dir jetzt Land Ihm ist schon bewusst dass ich keine Ambition habe irgendwas in Asien zu machen Ähm... du hättest die Macht Du hättest die Macht Ich weiß Wenn du jetzt nur noch Militäridee nimmst und damit religiös die Erlässe rein haust bei Qualität und Quantität Bist du... die Landmacht hoch 10 Du könntest mir mein ganzes Festland nehmen wenn du später wolltest Was meinst du warum meine Hauptstadt noch auf der Festland ist? Ja... Ah ich mein auf der Insel Ähm... der Pestland Du wirst mit Abstand die steckste Armee später im Spiel haben Ich weiß Und Paul hat jetzt schon Angst vor dir und nur weil du 20 Jahre lang gut geblockt hast Alter ey... roll dich Er weiß dass meine und... ähm... Seppis Truppen nur stärker sind... Also nur deutlich stärker sein werden ab... äh... der... hier... Tech 20 Also wir beide werden dann auf Dresden losziehen Ja... Nein... Ihr seid Verteidiger... ähm... ich wäre... ihr guckt einfach wie die sich bewegen Wartet bis die... Wartet bis die... Wartet bis die... Das Problem ist einfach wenn er meine Hauptstadt äh... belagert und... oder wenn er mit... Sein Armee zu mir kommt... Er müsste sich bei 2... 3 Nationen Zugang holen Also du... Ja äh... als würde das jetzt nicht machen Ja stimmt auch wieder Er hat... Schaum Mogulreich... okay... er kann durchkommen oder? Ja er kann... ne... Musst du gucken... Du solltest auf jeden Fall mit einer Flotte rüber gehen Ja er kann durchkommen... er kann durch die... Ja okay... er hat sich die Militärzugänge geholt Mhm... Also Paul hat offen gesagt dass er mir niemals den Krieg erklären würde Weil Paul und ich ein Deal haben was auch Kolonial und so weiter angeht Und er sogar... anscheinend hat er sogar so viel Schiss von mir Weil er sich nicht mal diesen Roy dich move traut Aber ähm... Ja... Du bist ne Festlandnation da traut er sich das irgendwie Wir müssen bei Dorf Driesland gehen oder? Die kann dich halt easy erreichen Wir müssen nicht bei Dorf Driesland gehen sonst hab ich ein Problem Ja die erste Mogulische Armee kommt Oh... Ja natürlich die haben sich vorbereitet Ihr müsst ja gucken wie viel Moral die haben Weiß nicht... Seppi kommt hoch Komm einfach hoch Komm auch keine Angst Ren... rennt so schnell du kannst... Alleine schaffst du nichts Sorry... Wie viel Moral habt ihr bitte? Ich hab 5 Was kann man so sagen? Moral habe ich... 6,7 Oho... Was? 6,7? Ja... 6,07 Ohne Defensiv? Ja Nimm mal Defensiv... Ne kannst du dir nicht leisten Nimm einfach Qualität als nächstes What? 6,7? Ja... Mit Moralberater? Nein... Hast du Disziplinberater? Ich hab die Kursen selben Berater Ok... Ok... Ja ich würd dir... Ich würd dir Mannstecke rüberschicken Aber ich glaub das geht nicht So... Für... Plus 40.000 könnte mein Stand noch mal 11.000 vergewohltätigen Meine Flirt ist auch schon unterwegs Aber es dauert halt Gut... Ich würd mich dann gleich mal zum Schweden hoch machen Ja ok... Dann bereite ich mich auch auf deutschen Orden Richtung deutschen Orden Maschist oder? Also über deutschen Orden Was? Was hat der deutsche Orden jetzt nicht mit zu tun? Das Gebiet deutsche Orden So... Ja... Über Preußen Oder preußische... Ja... Wie können die so viel Angst vor dir haben Dass die jetzt mit 5000 Entwicklungen auf dich eindreschen? Hab keine Ahnung Was? Paul macht auch mit? Ja... Ja... Tristan ist auch keine... Tristan ist keine Tributnation mehr Und der hält wie viel Kriege... 7,5 von Niklas Kriegsoperation Der wird nicht an Geld verrecken Hm... Der wird... Also ihr müsst in die Rekrutenreserve Vorteil für euch Der hat keine Rekrutenreserve Sein Land besteht größtenteils aus 3 Entwicklungsprovinzen Mit anderen Worten Der hat überall nur eins Ja... Glaub mir Rekrutenreserve hat er nicht die Entwicklung Also da muss man nicht auf die Entwicklung gucken Sondern echt ob das Land Rekrutenreserve hat Glaub mir Ich komm jetzt auch mit 60.000 Mann an Und werde seine 3 Armeen dort oben wipen Pass auf Er will dich auf Inseln einsperren Ist dir das mal aufgefallen? Ja... Ich würde niemals Finn betreten Wir gehen über Finnland Äh... Ja gut Dann kommt Polsarmee vom Osten Und die... Werden euch einkesseln Das dürft ihr auch nicht vergessen Ja... Was sollen wir sonst machen? Ihr seid einfach vorsichtig Ihr seid die Verteidiger Erbzeit Hey mal Alter, meine Armee... Ich kann meine Armee irgendwie... Die können während der ganzen Zeit Nicht im Osten blobben Auch wenn sie momentan eh nicht mehr viel zu blobben haben Es stoppt sie einfach Auf Zeitspielen ist gar nicht mal so dumm für euch Darf ich Krieger belagern? Ich hab 3 Sterne, General Ja, kannst du machen Ich versuche euch dann noch zu helfen Jungs Auch wenn man... Manche... Manche meiner Tipps dann nicht behindert kriegen Ja, geht schon Ist nicht schön Ich war nach dem Motto Hätte ich jetzt nicht gedacht oder so Ich hoffe... Also er hat insgesamt... 0 Große Schiffe 18 Transporter Was? Ne... Hat 20 Große Schiffe oder was? Ja 20 große Schiffe? Da hab ich keine Chance Ich glaube ich... Ich schieß gleich nochmal nach mit großen Schiffe Äh... Da hab ich keine Chance Ne... Dann lass das mit dem... Lass das mit dem Flottenkampf Also ich selber... Ich geh gleich erstmal auf 50 große Schiffe Das war... Wtf... Ähm... Oh... Oh... Der Moral Wibst du ihn echt hart? Oh... 6,5 gegen 3,5 Als ob... Warte... Ich hab doch schon 4,47 und ich komm mir schwach vor Ja und ich hab 4,9 oder so Ja aber komm die... Ich mein Nils Ideen sind leichträudig weil sie da noch keine Qualität hat noch echt scheiße sind Also... Mit Qualität wird das was Aber er ein Entdecker Wirtschaft Aristokratie Also... Nix... Wird... Er hat einfach nur Armytutischen genauso wie du ja Armytutischen rein bekommst und ihr habt beide irgendwie ein Problem mit Rekrutenreserve anscheinend sonst hättet ihr nicht solche Ideen genommen So richtig ist Ich hab Angst nochmal, dass ich keine Rekrutenreserve hab Ey... Welche Techno-Stufe ist er überhaupt? Alter 14... Bald bin ich 15 Ich bin 15 Ey... Oh... Ja deswegen hat er die Moral plus die besseren Einheiten Als ob die dich mit der militärischen... Ähm... Techno... Unterlegenheit angegriffen haben Welche... Welche hat Niklas? Niklas... 14... Als ob die dich mit Unterlegenheit angreifen wenn du Europäer bist Wir haben wahrscheinlich nicht drauf gehabt Sind die lebensmüde? Ja Aber er ist aber extrem riesig Ey... Was ist denn mit denen falsch? So ein... Was ist das für ein Krieg da? Und... Ich hab keine Ahnung Wir gehen jetzt einfach auf die scheiß Kongolesen Sonst ist es mit dem Nook hier Ah die Fässer sollte endlich mal fallen Junge Alright... Ihr könnt die mal jagen Ich hab auch schon Angst wenn Paul drüber kommt Paul ist momentan Power Nation Number One Mhm Oh Riga ist... Riga ist fertig Als ob die dich mit Militech 15 ist ein Meilenstein Genauso wie 14 Die beiden Technologien sind übelst wichtig Also 12, 14, 15 Vor allem als Europäer Mit der westlichen Technologie Gruppe Das ist echt hart Ja 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 Wann hast du... Wann kannst du die nächste Ideengruppe reinnehmen? Die nächste Ideengruppe brauche ich noch eine... Diplotech... äh... Atme-Tech Weil die Qualität direkt Kampfstärke reinnehmen vor allem willst du ja glaube ich äh... Atme-Nehme-mäßig Ah da kommt der Quink-Typ der Paul Wo? In ein osmanisches Reich der war schon direkt zu uns nach oben Ja Richtung Schweden Hätt ich mir schon denken können Ja Aber das sind insgesamt Okay Okay Das sind insgesamt 40 60 Aber wussten die, dass ich momentan euch nicht mehr helfen könnte so richtig? Ne Du hast halt kein Bündnis Du hast halt kein Bündnis Ja Die wissen aber, dass ich im Notfall so reinschifte nach dem Motto Jetzt kommen erstmal 80.000 Schotten an Aber wenn ihr einen weißen Frieden rausbekommen könnt schließe ich mich euch an Ja Wenn ihr... Also wenn ihr gut wenn ihr gute Fortschritte macht bin ich ihnen auch im Klick dabei Okay Pass auf, pass auf Moment Warte Der Paul immer schritt jetzt Ich würde außerdem gleich sagen wir marschieren dann gleich runter Ein nach Keulding Wenn die Fässung hier gefallen ist Der Paul immer schritt glaube ich gegen meine Armee oder? Warte Ja Er kommt dort rein Ne ne Ja er immer schritt gegen noch gerade Warte kurz So Musst noch kurz was machen Ja Ja Ich hab grad leider Schulden bekommen in den Hals ey Er hat noch nicht Erst mal ein bisschen die Militarisierung hochdrücken im Land Ja Mach mal noch mehr Disziplin Ja Der ist so ganz gefallen Los 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 Ja jetzt stirbt Paul Stopp Als ob du bessere Schruppen hast Laber nicht Doch Oh Nils Wie viel Moral hat Paul Ich will wissen wie stark dieses 5,7 Ja Ja Du bist deiner Sterne Der hat auch noch ein 3 Sterne Genereit drinnen Die haben sich prima auf diesen Krieg vorbereitet Also nie jetzt Oh Wir töten gleich die ins Wettig Wegen Armee Hä Wären die gesteig verbt Ne oder? Ne leider nicht Ähm Ja sieht schlecht aus mit deren 100% Landfrieden oder? Ja Bleib Niklas Niklas Problem ist halt nur Ich hab halt nur 30.000 Rekunde sehr oft zum Start gehabt Die werden jetzt mich runter Die werden jetzt mich runterschlagen Du kannst Die Professionalität halt runterschauen für Manpower Ja stimmt aber ja was Danke Bitte Boah Ich würde so gerne reingehen Wenn ich jetzt nicht in diesem Krieg hier gefangen wäre Ich mach diesen Kondokrieg Mach Frieden Oh alter Paul fülle Trunkscheid viele Truppen Oh Paul Ach ich liebe es wenn Paul Truppen verliert Ja ich auch Kommt der ein Ach komm Kongo jetzt geht endlich raus aus dem Krieg So besser So besser Ne Also ich sag mal so Wir haben höchst wahrscheinlich so Was wir haben Eine Million Mann auf uns War so eigentlich schon Mehr als eine Million Mehr als eine Million sogar noch Ja Und wie viel haben die Ne Oh ne ich meine 100.000 Haben mich verlesen Ja mehr als 100.000 Man kann sagen eine Million Das wäre so das ganze Ja Pass auf dort oben kommen nochmal 41.000 Schweden Ja aber die Schweden sind doch kacke oder Ne ne da haben sich die Quink zurückgezogen deswegen Haben sie jetzt 41 Das sind 28.000 Schweden Ok ja ich würde Oh man Jungs wäre ich gerade Frieden Ich würde sofort reingehen um die mitzuwipen 80.000 Schotten ausheben und einfach mal mit draufbrennen Ich werde erst mal Verteilger des Glaubens Damit ich noch Alles rein was geht Ich würde fast Ja du brauchst einen Rekrutenreserve-Berater glaube ich ne Also kannst du leider nicht austauschen Ein wenig ja Ich drück nochmal die Militarisierung in meinem Land hoch Je mehr Militarisierung desto besser für mich Naja scheiße auf die Millipunkte Du hast doch eh Millionen Millipunkte bei deinem Herrscher Also Maschine weiter Richtung Finnland Oder wirst du danach unten in dein Heimatland Wieviel Männer hat Niklas beim Florencia Oh warte 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 Bis 10, 20 So knapp 100.000 Ja knapp 100.000 Nicht 100.000 Knapp hab ich gesagt Ja die werden Ausblutungskrieg mit euch machen Ich glaub den Also das Ausbluten lässt euch leider verlieren Ja Ja er hat 78.000 so circa den Männern Aber lass die bezahlen Einen richtig blutigen Preis Also ist halt lustig dass ich der einzige Spieler bin der ganz frei blobben kann Also dieser Krieg hilft nur einem und zwar mir Ja Machierst du wieder nach unten oder was? Ja Lass eine Armee bei mir Ich glaub die 28.000 Schweden kannst du alleine platt machen oder? Nein ich nehme keinen Nein ich würde jetzt sagen wir sollten echt weg hier Ok passt dann ziehen wir zurück Leute Ja Wenn's der Chef verlangt dann verlangt er's Ja der hat's hochgepusht darfst mir schon Ey Was hat denn wie hochgepusht? Äh ich mein hier die Brescher Incolding Das Problem ist halt mein Land ist halt leider so groß man muss ein paar Tage laufen Ja Ja das ist halt das Problem eines Ähm Wenig also Großlands mit wenig Entwicklung pro Gebiet Und du hast halt relativ wenig Entwicklung pro Gebiet Da du noch kein Deutschland hast Ja Ich würde sagen du brauchst ein paar Festungen oder was oder? Sollte ich dann Sollte ich dann nach diesen Krieg machen? Achso mit nem Krieg kannst du ja Ja wie je nachdem wieviel Land er da noch hat ne Wie viel Geld hast du eigentlich? Hast du Plusbilanzen? Ich hab 1400 Äh ich hab 1140 Gold und mach minus 4 Gold die Runde Ja das geht ja noch Das Problem ist wenn du deine Manschecke runtergeben musst du dich selten ersetzen Halt ich mach einfach Plus 19 in der Runde Subventioniere den Wichser mal mit 10 Gold du Witzbold Der soll kein Minus bekommen Achso Ja Ja ich würde ihm da einfach so immer Geld schicken Oder gib ihm 5 das reicht glaub ich erstmal Boom Hm Du bist nicht ne Frieden oder? Ich bin fett im Krieg und äh Ich hab alle meine momentan wieviel Sechzigtausend Mann in Kongo Wer du mehr brauchst dort gescheit Bruder Jo Kodolien ist fertig Ah fuck Ja äh wir könnten so dann Krieg führen bis der den Gruppen mitmachen könnte oder nicht? Ich Ich mach hier runter auf Seppi Ich mach hier runter auf Seppi Ich mach hier runter auf Seppi Ok Die wissen Die können echt nicht erraten wo wir jetzt als nächstes angreifen Ok Gut Subventioniere Verschleißen mit 100.000 Mann auf einer Festung Ja Ja Ich brauche halt Ja wenn er genug Manpower hat und wenn er das denkt Ah die Maschine wieder Richtung Niklas oder was? Ja hab ich doch gesagt Ah ok Da können wir gleich durch um Wie? Ardett Stern tut mir leid aber ich brauche die Rekruten-Serve Boah alter wenn ich Rekruten-Serve ähm schicken könnte würde ich dir so 24.000 sofort schicken Wärterum würde mir halt auch ein Stück geben Äh ich würde jetzt ich hab 60.000 bin am Limit ich würde dir 50.000 drüber schicken und sagen viel Spaß damit Ja danke Du kriegst alle 10 Monate ähm weil ich in 10 also 10 Monate kriege ich weitere 6.000 dann würde ich alle 10 Monate einfach weitere 5.000 schicken Ja So sagen wir mal pro Jahr einfach sichere 5.000 so das wäre so Ich sag mal so hätte ich genug man würde ich diesen Krieg gewinnen Ja man Hey wir können es eh vielleicht gewinnen wenn wir es lange genug schaffen um zu kämpfen Na die haben die haben die haben Geld ohne Ende die verdienen durch Handel mega viel Ja und Paul hat den ganzen China-Handelverein Niklas den ganzen Indien Ich kann nichts weiter finanzieren die ganze Zeit bekommt 13 Ja die werden bald vor deiner Hauptstadt stehen und dann müsst ihr mal eben runter maschinen und Niklas swipen gehen So kurz die 100.000 Männer da raus prügeln wenn ihr das schafft Ja wir maschinen eh grad noch Wie viele Männer hast du Nils? Ich hab 60.000 Hm du hast genau so viel aufgestellt wie ich momentan Ja Mann ich hab 8.000 weniger als ich Das wäre bei meiner Größe ein bisschen seltsam wenn ich sie nicht hätte Aber Naja Ja das ist ja auch mehr entwickeln als ich Ich kann einfach mein Armee Limit nicht finanzieren Aber ist okay Besser das Armee Limit nicht finanzieren können als ähm Ja Rüber marschieren rüber 4 marschieren Wir versuchen dahinter dass die Festung dort drüben zurückzuholen Er hat sich heute weggezogen Ja wie gesagt die machen Ausbildungskrieg mit euch was anderes werden die nicht schaffen Die werden keinen Rushkrieg gewinnen Oh er zieht sie zurück Ich find's echt witzig wie die sich hier unten zurückziehen Macht Ähm Ich weiß nicht wir haben kurz vor 12 Also ich könnte richtig gesehen den ganzen Abend Wie sieht's bei euch aus? Doch ich muss morgen ne Klausur schreiben also So Nils Deine Nerven sind vermutlich gar nicht am Ende gerade Ja Ich könnte Hey quälpübers Ne Ne Nicht angreifen da bekommt der Festungsbonus Ja Achtung dein Flitter wird dort angegriffen Oben In hohen Norden In hohen Norden Oben In hohen Norden Ich hab oben gesagt Sorry Schraubt meine Gewand ich kann eh nicht zur Gegend Gut Ähm Wieder zurück Wieder hoch in den Norden ziehen Wir versuchen jetzt die Schweden dort weg zu vertreiben Ja Boah ich hab Gewaltmarsch Echt? Ja Ja stimmt den gibt's ja auch noch Militarisierung hochdrücken Hä Also Militarisierung hochdrücken Ähm Militarisierung hochdrücken Ich versuch mich die ganze Zeit auf 50 Militarisierung zu halten Ja 100 dann kriegst du noch viel mehr Ja wir marschieren jetzt Richtung Dänemark Ja Schäden Ja das sagt mir lieber Was ist äh Eine geborene Tochter 536 die nehm ich Vera Als Nachfolgerein die Tochter Ja Ja hier nenn ich sie gleich Eine Frau füllt das heilige Malti Freusten an Okay Niklas ist jetzt auch auf 15 Ich muss mal ganz kurz weg Ich werde weiterlaufen lassen Ja Hallo Schweden Aber dass die dich in einer so guten Verfassung angegriffen haben hätte ich echt nicht erwartet Ich auch nicht Ich hab Schweden gewiped Ohhhh Gewiped? Ja 20.000 Schweden hab ich grad gewiped Ja 20.000 Schweden hab ich grad gewiped Jetzt kommt die 15.000 Schweden gewiped werden Oder? Ja 15.000 Schweden versuche ich jetzt auch noch zu wipen Schafft auch nicht Das schaffst du ja Das schaffst du ja Das schaffst du ja Der ist halt so verrückt Was tut ihr da? Ja Das macht eigentlich alles alleine nur Nils Ja Ich hab die Ich hab den Schweden mit 20.000 Schweden Jaja brauch dich als kleines Backup Wegen Rekrutenreserve und die ganzen Schätze Also dass du ein bisschen mitfrisst Und nochmal 20.000 gewiped Gewiped? Ja Lass mich Lass mich Ding belagern Colding Danke Bitte das kostet dir sonst ne Manpower Mhm Oh hey Ich hab Rein theoretisch könnten wir jetzt Krieg nur gewinnen Wenn wir unsere Armeen die ganze Zeit Äh Von Osten In die Norden In die Süden In den Norden schicken Die ganze Zeit Problem ist halt nur Der eine Chineser hat so 100.000 Mann Ja Gehen wir ernst Sonst sind's einfach truppenmäßig überlegen Wir müssten eigentlich nur Schweden Die Wir wehrufen nach Wien Lass mich in Ruhe So Jungs ich bin aus dem Krieg hier draußen Ja Du kannst dir Kondotiere schicken wenn du willst Oder du kannst uns helfen wirst Da sind 100.000 Chinesen im Süden Ich muss ganz ehrlich überlegen ob ich mir das leisten kann Du gibst du Geld man Ich bekomm Geld Du brauchst du denn Ja was heißt Geld Ich hab keine Dali Wie sehe ich aus aber Ja Ich muss echt überlegen ob ich mir das diplomatisch sowohl auch Fortschrittsmäßig für mein Land und die Das Blobbing leisten kann Mhm Ich bin nicht das klingt böse aber ich bin nicht dazu verpflichtet euch zu helfen Ja ich weiß es ist Ich Ich nimm sie auch nicht übel wenn du nicht helfen würdest wie gesagt So äh Oh ne ich selber du bist ja nicht mehr da stimmt ja Fuck Ich bin auch da Ne ich meine nicht bei mir unten Achso ich kann Gewalt mal schein setzen Ja Mit deiner Armee Du kannst mir dir schon einmal helfen Ja das ist eins Es wäre noch Ja praktisch So du Weibst nur Rebell Du kriegst den Jetzt Hättest du früher sagen so Ah ok 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 Ah ja Väter Kampf Oh alter wie Nitz einfach dominiert Das gewinnen wir Das gewinnen wir Als ob ihr die Ey Jungs sind die das jetzt so Ja Wenn ihr das da macht ne Ich sag mal so die versuchen jetzt meinen Mentor zu treiben Ähm Ey was ich euch jetzt schon mal verspreche ist euch beim abzahlen der Darlehen zu helfen Ok Oh Ich hab nicht mein Krieg ist jetzt vorbei Ich hab nicht mein Krieg ist jetzt vorbei Ich werde Dings Armee wurde jetzt Vertrieben Alter schnell aus dem ganzen Gebiet raus Ja Ach alter ey So ich würde dann als nächstes sagen wieder ab in den Norden Ja meine Armee belagert weiterhin Keine Ahnung Oder nee Ab in den Süden würde ich sagen Ab in den Süden Wir müssen die Klasse dort und wegdefeaten Ok So Die Gold Provinzen Und die doch mal rum erobern Pass auf dass du nicht zu viel Du weißt schon was bekommst Ja man Ich hab gleich oben die Goldding weg belagert Darum sind Mogulreich Truppen bei Riga Was? Ja weil sie Riga belagern Ey das sind Beluchistan ne Achso ja das ist einfach so Die Niklas Turben sind unten im Süden Ja ich 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 schau die ganze Zeit nach Wie ich jetzt einfach schon fertig mache Ok Ok dann mit Wechsel